Du kommst hier an, hast eine Idee, dann ist dieser Designprozess, dass du überlegst, wie geht es weiter, mit welchen Leuten arbeite ich da zusammen, was haben die für Ideen, man hört sich zu. Es sind Programmiererinnen und Programmierer da, es sind Ärztinnen und Ärzte da, es sind Designerinnen und Designer da, Pflegekräfte. Und die zusammenzubringen, aus den verschiedenen Sichtweisen neue Ideen zu generieren, das ist der Schlüssel zur Innovation. Es sind sehr kreativ, sehr fantastische Leute, mit vielen Ideen, vielen Backgrunden, so man lernt viel von ihnen. So, lernen, haben Spaß, mit coolen Leuten, das ist besser als ein Disco-Lite, für mich. Die Ideen Vielen Dank.